Moin aus Bremen, Michael hier von ApfelTalk. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von uns. Habt ihr unser Video von letzter Woche gesehen, in dem ich in das 15 Jahre alte MacBook Pro eine fast neue SSD eingebaut habe? Nein? Das Video habe ich euch mal oben verlinkt. Heute wollen wir uns nochmal mit dem Gerät beschäftigen. Die Frage ist, taugt das im Jahr 2023 noch zu irgendwas? Es bleibt spannend. Die SSD, die ich da letzte Woche eingebaut habe, hat ordentlich Speed reingebracht. Das Gerät arbeitet nun schon wesentlich fluffiger. Und ihr wisst ja, fluffig ist in der IT ein wichtiges Wort, wenn es um Performance geht. Okay, zurück zum Thema. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich mir die Mühe gemacht habe, da überhaupt eine SSD einzubauen. War zwar überschaubar der Aufwand, aber auch nicht ganz ohne. Hätte durchaus auch sein können, dass ich da irgendwas kaputt mache. Der Grund ist aber schnell erklärt. Ich möchte auf der Kiste ein möglichst aktuelles System installieren. Das muss nicht das Neueste sein, aber immerhin so aktuell, dass ich damit noch einigermaßen sicher im Netz unterwegs sein kann. Die neuen Systeme von Apple sind für SSDs optimiert. Klar laufen die theoretisch auch von der mechanischen Platte, aber dann ist es alles andere als fluffig. Langweilig. Hier bietet sich entweder macOS Monterey oder macOS Big Sur an. Ich habe mich für Letzteres entschieden, denn mit den ganz neuen Systemen, wie auch zum Beispiel mit macOS Ventura, hat Apple immer mehr Support für die alte Hardware gekappt. Für Big Sur gibt es aber jede Menge Software und auch den aktuellen Safari-Browser und sogar Google Chrome. Und ich meine, mehr als surfen will ich mit der Kiste eh nicht mehr machen. Vielleicht reicht es ja dafür noch. Vielleicht auch, um ein paar Videos zu schauen. Und deswegen lassen wir uns einfach überraschen. Also schmeißen wir jetzt erstmal Big Sur auf die Maschine. Nach dem Einbau der SSD habe ich übrigens noch ein Upgrade auf macOS High Sierra gemacht. Das wird auch schon nicht mehr offiziell auf dieser Kiste unterstützt. Läuft aber noch sehr gut. Also ich könnte es eigentlich dabei belassen. Aber hier geht es ja auch so ein bisschen um das Prinzip und ich will wenigstens Big Sur testen. Wie man High Sierra bzw. die Nachfolger Mojave und Catalina auf nicht unterstützte Macs installiert, habe ich vor sehr langer Zeit mal da im Video gezeigt. Das habe ich euch oben verlinkt. Auch die Installation von Big Sur auf nicht unterstützten Maschinen habe ich ja schon mehrfach hier gezeigt und gemacht. Trotzdem machen wir es nochmal gemeinsam so ein bisschen als Auffrischung. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein USB-Stick. Ich empfehle mindestens 16 GB, besser sind 32 GB. Es reicht auch so ein ötteliger USB 2.0 Stick, wenn ihr keinen mehr habt. Eigentlich liegen die ja zuhauf irgendwo rum. Aber wenn ihr keinen mehr habt, gibt sie Dinger für kleines Geld beim Elektronikverramscher um die Eck. Ich hatte hier noch so eine Doppelpackung mit 2x64 GB rumliegen. Die tun es natürlich auch. Also einer davon. Zwei braucht man nicht. Eine der größten Herausforderungen war, dass ich keinen weiteren Mac dazu bemühen wollte. Alles, was wir jetzt machen, passiert hier auf diesem MacBook Pro von 2008. Also, zunächst mal habe ich über Safari die Seite vom Open Core Legacy Patcher aufgerufen. Die Links sind natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und habe überprüft, ob das Gerät überhaupt unterstützt wird. Und, oh Wunder, ja, es wird unterstützt, sonst bräuchten wir dieses Video nicht machen. Und allerdings hat der Safari ein kleines Problem. Er zeigt nämlich die Downloads nicht an. Da ist nur so ein sich drehender Kreis. Das ist ein bisschen doof. Offenbar ist Safari, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen zu doof dazu. Ich hatte mir unter HiSierra aber den Google Chrome schon installiert. Und mit dem Browser rufe ich dann die Seite nochmal auf. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir den Download dann starten können. Der Chrome Browser ist oftmals, gerade auch wenn man den auf alten Rechnern laufen kann, die bessere Alternative als der Safari. Das soll sich natürlich nach Abschluss der ganzen Installation ändern. Dann wird auch Safari wieder gute Ergebnisse liefern. Und hier sehen wir auch die Downloads, die sogenannten Assets. Man lädt sich dabei natürlich die App herunter. Das ist ein Zip-File. Die ist so, ja, knapp 600 Megabyte groß. Aber dann kommt es auf eure Download- bzw. Internetverbindung an, wie schnell ihr die bekommt. Danach, also nach dem Download, packen wir die aus und legen die Datei in das Verzeichnis, wo unsere Apps liegen. Also ins Programme-Verzeichnis. Das ist etwas, was ich euch schon oft gezeigt habe. Das solltet ihr also auf jeden Fall beherzigen und die App da reinkopieren. Natürlich ist dieser Rechner nicht mehr der schnellste. Das sehen wir ja auch hier am Auspacken. Deswegen müsst ihr da ein bisschen Geduld haben. Das Ansippen dauert ein bisschen. Aber wenn die da erstmal liegt, dann ist es gut. Damit macOS diese App starten kann, müsst ihr sie mit rechts anklicken. Also mit der rechten Maustaste oder dem sogenannten Alternativ-Klick und dann auf Öffnen klicken. Andernfalls gibt es eine Meldung, die Datei kann nicht ausgeführt werden und so weiter, weil macOS nur eigentlich von Apple signierte Apps ausführt. Aber so geht es dann doch. Dann wird es überprüft. Das dauert auch ein bisschen. Aber nach einer gewissen Zeit kommt dann die Meldung, dass die App funktioniert. Und dann passiert das, was wir euch schon ganz oft gezeigt haben in unseren Videos. Ich habe hier absichtlich mal das so lange stehen lassen, damit ihr seht, wie lange der Rechner wirklich daran rechnet. Also jetzt können wir hier direkt auf Öffnen klicken und dann dauert es noch ein paar Sekunden, bis die App kommt. Das hat nichts mit der Geschwindigkeit der SSD zu tun, sondern letztendlich, dass der Rechner eben nur 2,4 Gigahertz als Dual Core hat. So und da ist Open Core Legacy in der Version 6.1 oder 0.6.1. Wir möchten einen macOS Installer kreieren. Und da haben wir jetzt drei Systeme zur Auswahl. Ventura, Monterey und Big Sur. Ich habe mich ja für Big Sur entschieden und lade das jetzt herunter. Das kann einen Augenblick dauern. Wie gesagt, hängt noch ein bisschen auch an der Geschwindigkeit eurer Internetverbindung. Also einfach Geduld haben. Er lädt das dann runter. In der Zwischenzeit kann ich ja dann mal hier die Sticks auspacken. Diese Doppelpackung. Eigentlich brauche ich natürlich nur einen Stick, aber das war ein super Angebot. Ich glaube, ich habe 14 Euro bezahlt für zwei 64 Gigabyte Sticks. Es reicht, wie gesagt, ein einfacher USB 2.0 Stick. Und dann muss der natürlich in einen der Ports. Ihr könnt den so lassen, wie er ist. Also einfach aus der Packung nehmen. Allerdings muss der noch entsprechend formatiert werden. Viele fragen, wie Sie den Stick anzeigen können. Ihr habt es hier gesehen. Man muss auf Geräte gehen und dann wird der Stick da angezeigt. Also bei Darstellung auf Geräte klicken und dann auf Löschen. Und ganz wichtig, statt Master Boot Record muss da GUID Partitionstabelle stehen. Dann könnt ihr dem Ding irgendeinen beliebigen Namen geben. Ihr könnt es auch nicht benamen, das ist eigentlich völlig egal. Es wird sowieso überschrieben. Und dann auf Löschen klicken. Jetzt wird der Stick entsprechend formatiert und ist dann auch in diesem Mac bootfähig. Also der Mac kann dann davon booten. Wichtig ist eben dieses GUID-Boot-Schema. Die meisten USB-Sticks sind, wenn sie direkt aus der Packung kommen, eben als Master Boot Record formatiert. Und das funktioniert am Mac leider nicht. Alles, was ihr hier seht, habt ihr natürlich schon in anderen Videos von uns gesehen. Dennoch kann es ja nicht schaden, sich da nochmal mit zu beschäftigen. Also nachdem der Installer runtergeladen wurde und das System den auch nochmal überprüft hat, haben wir ihn ausgewählt und flashen ihn jetzt auf den USB-Stick. So nennt sich das in der Applikation. Also streng genommen wird der einfach kopiert. Dazu müssen wir den angesteckten USB-Stick wählen und ein bisschen Geduld mitbringen. Das dauert nämlich eine gewisse Zeit. Aber vorher brauchen wir noch das Admin-Passwort. Das solltet ihr also bereitlegen. Und danach kann das je nach USB-Stick-Geschwindigkeit schon mal ein paar Minuten dauern. Bei mir hat das jetzt auf dem Gerät fast 30 Minuten gedauert. Es wird ja da auch in dem Fenster angezeigt, dass man ein bisschen Geduld haben soll, während diese Daten darüber kopiert werden. Ist halt nur eine USB 2.0-Schnittstelle in dem MacBook. Danach müssen wir zusätzlich noch den OpenCore Legacy Bootloader auf diesen Stick flashen. Dazu wählen wir Build and Install OpenCore und sagen dann Install to Disk und wählen dann den USB-Stick noch einmal aus. Wird ja hier auch gleich angezeigt. Das müssen wir später übrigens auch mit der internen Platte machen. Jetzt aber erstmal mit dem Stick, damit wir davon booten können und dann letztendlich die Installation überhaupt starten können. Dann brauchen wir noch einmal das Admin-Passwort und dann dauert es ein bisschen. Ich habe hier absichtlich mal nicht abgekürzt, damit ihr so ein Gefühl dafür kriegt, wie schnell oder langsam das Ganze dauert. Denn, wie gesagt, der Rechner ist ja nicht der schnellste und wir sollten ihm ein bisschen Zeit geben. Dann geht es an den Reboot. Auch das kennt ihr schon. Rebooten dann mit gedrückter Alt- bzw. Option-Taste und so lange warten, bis der Startschein kommt. Und danach kommt der sogenannte Boot Picker. Das ist das Menü hier. Und da wählen wir das Symbol in diesem Fall ganz rechts aus. Und wenn ihr schon mal ein macOS installiert habt, also ganz normal, dann kommt euch dieses Menü oder dieses Wiederherstellungsmenü bekannt vor. Und für uns gilt ganz einfach macOS Big Sur installieren als Menüpunkt. Jetzt rufen wir auf, dann gibt es noch ein paar Fragen. Einerseits nach den AGBs und so weiter. Und dann müssen wir noch das Laufwerk auswählen, auf dem macOS installiert werden soll. Und im Grunde geht es dann los. Und hier ist eigentlich der Part, für den wir uns am meisten Zeit nehmen müssen. Denn das kann sehr, sehr lange dauern. Da muss man Geduld haben. Werde ich auch immer wieder gefragt. Ich hänge fest. Es sieht so aus, als würde nichts passieren. Nein, ihr müsst einfach Geduld haben. Das System ist halt nicht das Jüngste. Und es werden sehr viele Berechnungen gemacht. Und eigentlich ist diese Installation ja eigentlich ausgelegt für wesentlich schnellere Macs. Und deshalb müsst ihr da ein bisschen Geduld haben. Ich habe mich hier einfach natürlich beim Filmen ein bisschen zurückgelehnt. Und habe das Ganze entspannt betrachtet. Hier steht zwar was von 22 Minuten. Das stimmt aber nicht. Denn der Mac startet zwischendrin immer noch ein paar Mal neu. Dann gibt es hier so eine komische Meldung. Eins von eins. Keine Ahnung, was er uns damit sagen will. Dann kommt nochmal die Anzeige 100% abgeschlossen. Und so weiter. Jede Menge Meldung. Ab und zu bootet er nochmal neu. Und in der Regel, wenn alles glatt läuft, dann kommt ihr nach, in diesem Fall waren es 45 Minuten, zu einem Login vom neuen System. Und das sehen wir hier. So, gerade haben wir also macOS, in diesem Fall Big Sur, installiert auf dem Rechner. Aber Achtung, noch kann der Rechner nicht selbsttätig davon booten. Denn wir müssen noch diesen neuen veränderten Bootloader, den wir bereits auf den USB-Stick geschrieben haben, auch zusätzlich noch auf die interne Platte schreiben. Zum Glück weist OpenCore uns darauf hin. Wir gehen zusätzlich noch in Settings. Und ich empfehle euch, diesen Haken wegzunehmen. Show Boot Picker. Das ist das, was ihr eben gesehen habt. Dieses kleine Auswahlmenü. Das würde sonst immer beim Booten kommen und ein paar Sekunden da stehen bleiben. Fragen auch viele danach in den Kommentaren, warum das so ist. Also wenn ihr diesen Haken da wegnehmt, dann kommt das nicht mehr und der Mac startet ganz normal. So, jetzt heißt es also wieder Build and Install OpenCore. Und diesmal wählen wir aber nicht den Stick aus, sondern die interne Festplatte, nämlich die SSD. Und auch hier ist es wie eben, müssen wir das Admin-Kennwort eingeben und dann wird das auf die interne SSD geschrieben. Ihr seht jetzt schon so ein bisschen das Flackern der Farben bei diesen Menüs. Das liegt daran, dass die Grafikkarte wirklich sehr, sehr alt ist und auch nur 256 Megabyte Grafikspeicher hat. Da lässt sich also das nicht vermeiden. Das ist manchmal ein bisschen flackert. So, dann kommt ein Reboot und nach diesem Reboot sind wir fertig. Wir könnten jetzt nochmal gucken, ob wir die Post-Install-Root-Patches machen müssen. Hat das System aber für uns schon angewendet. In diesem Fall müssen wir also gar nichts mehr machen. Wir sind fertig. Der Mac ist jetzt ausgestattet mit einem relativ aktuellen System. Und er kann jetzt auch ohne den USB-Stick booten. So, wie wir das ja schon in ganz vielen Videos euch gezeigt haben. Also das ist jetzt ja wirklich keine Neuigkeit. Und nochmal, damit ihr das seht. Hier, es läuft jetzt macOS Big Sur. Tatsächlich gibt es auch noch dafür Updates. Also er wird von Apple noch versorgt mit Updates. Jetzt natürlich keine funktionalen Updates. Aber immerhin gibt es dafür noch Sicherheits-Updates. Wie zum Schluss jetzt auch gerade den aktuellen Safari in der Version 16.3.1. Und dann lasst uns doch mal gucken, was wir alles noch damit machen können. Zum Beispiel mal das YouTube-Video von letzter Woche aufrufen. Und ja, sieht so aus, als würde das funktionieren. Also zumindest läuft es schon mal im Fenster flüssig. Natürlich ist der Bildschirm nicht mal Full-HD-fähig und schon gar nicht 4K. Aber YouTube skaliert ja Gott sei Dank die Videos dem entsprechenden Pixel-Format hoch oder runter. Und in diesem Fall können wir aber auf jeden Fall relativ gut das Video angucken. Ich schalte es mal aufs Vollbild. Und warum wir das machen, erzähle ich euch auch. Also viel Spaß beim Zuschauen. Das MacBook Pro aus dem Jahr 2008 ist eine wahre Schönheit. Ja, das ist es in der Tat. Und ich hatte ja noch überlegt, was kann man noch damit machen. Vielleicht ein bisschen zocken. Ich habe mir hier den sogenannten MAME-Emulator installiert. Also den Multiple Arcade Machine Emulator. Der zum Beispiel alte Automatenspiele zum Leben erweckt. Hier ist das Spiel 1942, in dem ich mich, sagen wir mal, nicht ganz so geschickt anstelle. Aber es ging ja hier auch nur darum, ob es überhaupt läuft. Also man kann damit tatsächlich sogar noch ein bisschen zocken. Weil diese Spiele sind natürlich sehr alt. Die sind teilweise aus den 80er Jahren. Ende, Mitte der 80er Jahre. Und ein Klassiker zum Beispiel, den ich immer wieder gerne spiele, ist dieser hier. Das ist natürlich Pac-Man. Und das ist von 1982 und läuft hervorragend auf diesem uralten Mac. Also ein bisschen zocken geht auch noch. Ich habe es tatsächlich geschafft, drei Level zu beenden. Also ihr seht, es ist durchaus noch einiges möglich mit diesem alten Mac. Dieses 15 Jahre alte MacBook Pro aus dem Februar 2008 kann noch einiges. Klar, 4K-Videoschnitt ist nicht mehr drin und auch bei Apps wie den Karten hakelt es gewaltig. Aber zum Surfen, YouTube gucken und für einfache Spiele ist das Gerät durchaus noch geeignet. Texte schreiben, Webseiten gestalten und auch die Audiobearbeitung zum Beispiel für Podcasts. Alles kein Problem. Und damit zeigen wir an dieser Stelle wieder einmal, dass es nicht immer die neueste Hardware sein muss. Auch wenn Apple uns das natürlich gerne verkauft. Auch ältere Geräte müssen nicht auf dem Elektroschrott landen, wenn man sich ein bisschen mit ihnen beschäftigt. Wie macht ihr das denn? Kauft ihr immer die neueste Hardware oder nutzt ihr eure Macs länger? Habt ihr auch schon mal so eine alte Kiste nach unseren Anleitungen auf ein neues macOS gebracht? Und wie sind eure Erfahrungen damit? Schreibt es bitte gerne unten in die Kommentare. Und wo ihr da gerade seid, lasst auch gerne ein Like und ein für euch kostenloses Abo da. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder Livestreams wieder. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020